Hallo zusammen, hier ist wieder Deutsche Land und heute wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Guide-Video präsentieren. Heute wollen wir uns mal angucken, wie wir die vier alten Dungeons freischalten können, die man ursprünglich hier im Scharlachroten Kloster hatte. Aktuell ist es ja so, dass wir nur noch zwei größere Endis hatten. Früher waren es aber vier quasi kleinere gesplittete Instanzen. Und jetzt mit einem Event, und zwar dem Schlotternachts-Event, können wir die alte Version von jeder Instanz einmal freischalten. Und das machen wir, indem wir uns einen Schlüssel holen. Und zwar heißt der Schlüssel der Scharlachrote Schlüssel. Und hier habt ihr zwei Optionen. Option 1 ist, ihr seid jemand, der das einfach nur quasi schnell hinter sich bringen will und kauft diesen Schlüssel im Auktionshaus. Also aktuell ist der noch relativ teuer. Ja, schlichtweg deswegen, weil das jetzt heute erst losging. Option 2 ist, dass ihr euch den selber farmt. Und das geht über eine Instanz. Und zwar braucht ihr dafür das Schlotternachts-Event. Und dann könnt ihr euch ja für den kopflosen Reiter reinqueuen. Und hier ist es jetzt so, dass es einmal pro Tag einen Beutel gibt, den ihr euch spielen könnt. Das habe ich jetzt hier schon einmal erledigt. Und da kann dieser Schlüssel drin sein, wenn ihr denn den Hardmode des Bosses spielt. Und der Hardmode funktioniert folgendermaßen. Ihr geht halt in den Instanz rein. Ich habe das jetzt hier schon mal vorbereitet. Und dann habt ihr am Anfang hier fünf Weidemänner stehen. Wichtig ist, am besten quatscht ihr einfach nur den mittleren Weidemann an. Hier ist es nämlich so, dass ihr dann alle vier Flüche aktivieren könnt. Dann leuchten diese vier Weidemänner. Ihr könnt die auch einzeln anquatschen und die Flüche quasi einzeln aktivieren. Aber naja, in der Mitte habt ihr es einfacher. Wenn ihr das gemacht habt, dann sprecht ihr den Boss an. Und jetzt müsst ihr quasi mit den vier Flüchen den Boss runterspielen. Ich habe das schon mal in einem Achievement Guide Video erklärt, wie das mit den Flüchen funktioniert. Sonderlich schwer sind es nicht. Hier aus diesen kleinen Swirlies rauslaufen. Von denen solltet ihr euch nicht treffen lassen. Dann gibt es noch drei weitere Effekte. Und zwar einmal so einen größeren Kreis. Da wird es bestimmt auch gleich kommen. Aus dem müssen wir nämlich auch einfach nur rauslaufen. Das ist der hier. Übrigens, wenn ihr eine dieser Fähigkeiten verkackt, die ihr für euch Personal aktiviert. Also nicht für die ganze Gruppe. Die anderen sehen das nicht. Also die ganzen lilanen Effekte. Die roten, die sind für alle. Das ist ein normaler Bosskampf. Die lilanen sind quasi eure Personal. Außer das hier. Da müsst ihr auseinanderlaufen. Sieht bürgerweise ähnlich aus, wie quasi der andere Kreis, den ihr zusätzlich kriegt. Dann haben wir hier noch ein Add. Das ist auch eins von diesen Flüchen. Das müsst ihr töten, bevor es hier an dieser Flamme ankommt. Also da einfach ein bisschen DPS draufhauen. Und ja, zusätzlich könnt ihr das übrigens auch CC. Ich habe es gerade gecharged. Dann wird es kurz geroutet. Ihr könnt auch andere CCs theoretisch draufschmeißen. Stunnen und andere Geschichten. Und den letzten Zusatzbuff, den wir haben, ist so ein gelb-goldener Kreis. Da lauft ihr einfach rein. Den müsst ihr sorgen. Das war es. Sonst könnt ihr den Boss ganz normal runterspielen. Und wenn ihr den im Hard-Mode dementsprechend umgehauen habt, dann ist es so, dass ihr in diesem Belohnungskiste oder dieser Tasche die Möglichkeit habt, den Schlüssel drin zu haben. Ich habe jetzt von anderen Leuten gehört, dass wir es mit mehreren Twinks gespielt haben. Und teilweise auch nicht beim ersten Try am Tag, sondern beim x-ten Try am Tag bei den Twinks das Ding rausbekommen haben. Wenn ihr Pech habt und es partout nicht droppen will, wie gesagt, könnt ihr es auch im Auktionshaus kaufen. So, sobald wir den Schlüssel gedroppt bekommen haben oder uns den gekauft haben, können wir in das Scharlach-Rote-Kloster hier rein. Das ist hier oben in Tirisfal. Und dann geht es hier auf den Koordinaten 82, 32 rein. Und wenn ihr reinlauft, habt ihr, wenn ihr den Schlüssel im Inventar habt, dementsprechend hier ein Quest, die ihr annehmen könnt. Und wenn wir die weiter durchklicken, können wir die einmal beenden. Und jetzt müssten wir, wenn wir jetzt hier einmal draufklicken, einen Schlüssel-Buff kriegen. Folgt den Schritten jener, die vor euch kamen. Und ich glaube, das können wir auch wieder deaktivieren, oder? Wenn ich hier nochmal draufklicke, ist es wieder deaktiviert. Wir wollen es jetzt aber aktivieren. Und solange wir das aktiviert haben, können wir in die alten Versionen der Instanzen rein. Und zwar, wenn ich jetzt hier reinlaufe, dann müsste ich in der alten Friedhofs-Variante sein. Und ihr seht schon, ja, das ist der alte Friedhof. Da ist man erst durch das Kellergewölbe durch und dann hier in den Friedhof. Und dann ging es, glaube ich, auch runter. Da konnte man, glaube ich, auch dann dementsprechend ein bisschen in dieses Grab mal rein. Genau, also das ist jetzt hier die erste Instanz. Dann haben wir gegenüberliegend auch nochmal eine Inni mit dem Portal. Und wir können jetzt auch mit dem Buff hier wieder die Türen aufmachen. Und ihr seht, da haben wir dementsprechend dann auch die alten Portale. Und ihr seht, da haben wir jetzt die Kathedrale. Dann müssten wir die Bibliothek und die Waffenkammer auch noch haben. Die gucken wir uns jetzt noch kurz mal an. Also, so, wir machen hier das Ding auf. Dann haben wir hier einmal die Waffenkammer drin. Die Instanzen sind nicht sonderlich groß. Ihr seht das hier, da hört es hinten auf. Übrigens, der einzige Sinn quasi bei dem Ganzen ist es, T-Mock in den alten Instanzen zu farmen. Was anderes wüsste ich jetzt nicht, dass es gibt. Es kann natürlich auch interessant sein, ne, je nachdem, was es dann an T-Mock gibt. Vielleicht sind dann auch ein paar alte BOE-Sachen dabei, dass man die verkauft, wenn ihr jetzt kein T-Mock-Farmer seid. Genau. Und das ist jetzt hier der letzte Teil, ne, die Bibliothek. Auch quasi das, die alte Variante. Und sobald ihr jetzt den Schlüssel-Buff quasi wieder entfernt, kommt ihr in die MOP-Varianten, wo die Instanzen ja so ein bisschen zusammengeschoben sind. Und wahrscheinlich können wir dann auch die Türen nicht mehr öffnen, schätze ich jetzt mal. Das werden wir jetzt einmal ausprobieren. Und dann sind wir auch schon durch. Also, jetzt ist der Buff wieder weg. Jetzt gucke ich mal. Ah, seht ihr? Türen öffnen geht jetzt nicht mehr. Und wenn wir jetzt in das Instanz-Portal reingehen, dann müssten wir wahrscheinlich in der neuen Variante landen. Und ja, so sieht es aus. Wir sind jetzt hier einmal in der neuen Variante drin. Gut, das war es mit dem kleinen Video-Guide. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tila. Bis dahin. Ciao.